umgedrückt habe. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin euer lieber O, und wir sind zurück bei Sam & Max. Okay. Wir sollen für den Typen Candy finden. Es gibt hier ein paar Orte, wo ich noch nicht war. Die Burgerboden, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, was das sein soll, aber wir fahren jetzt mal hin. Snuckies. Okay. Oh, gibt es auch einen Shop? Dann gehe ich zum Bathroom. Ich bin mit Angst und ein wunderschönes Gefühl. Und? Okay. 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 Jackalopes. A bastard pet is a piltdown man. It's a shelf full of Snuckies crap. Können wir das Zeug nehmen? I don't want to scare Max. Können wir das nehmen? It's the portable car bomb game. The portable car bomb game? I gotta go to the bathroom. We have to go to the bathroom. Und was ist mit dem Typen? He's one hell of a soda jerk. I gotta go to the bathroom. Ja, dann geh einfach. Sharing this experience with you has reminded me... I want Twinkly! More Twinkly! Sharing this experience with you has reminded me... I want Twinkly! More Twinkly! Excuse me. Hm, hm, what? Excuse me, what? Hm... Okay, he doesn't speak with us. What is with you? Hey, nice hat. We all get one when we graduate, Snuckie you! But enough about me. What can I do for you? My little buddy has to use the facilities. Facilities be damned! They need a bathroom! They're in the back. Here's the key. An awfully big rasp attached to that key chain. Out of toilet paper? Nah, we just had problems with thugs stealing our restroom keys. They're the cleanest in nine counties. The keys? The restrooms. You need some help, little buddy? I think I can handle it myself, Sam. Now, anything else I can do for you? Do you know anything about Bigfoots? Only what I read in the Weekly International Evening Enquirer Star. Anything else? I'd like to buy this. Do you have any money? You mean we have to pay money for this crap? Them's the rules. Nerds. Heißt das? Anything else? We can't get it. Snuckie you? What's that? I'm glad you asked, mister. Snuckie you is where all Snuckie's employees are sent to learn the ins, the outs, the ups, the downs, the overs, and the unders of the amazing gastronomical and cultural phenomenon that is Snuckie's. Fascinating. At Snuckie you were given intensive courses in patty-pounding, choosing the right button for soft drinks, and the all-important pickle jar opening. I had no idea you were so rigorously trained. Hey, I can open any jar in the country. Cool. Now, how can I put all that Snuckie in the training tools for you? Cool. I'm pretty sure we need this. Oh! Hey, can you open this for me? Sure. Ain't a jar made I can't open. We dipped the cows right here in the kitchen. Nothing. You have no idea how often I hear that. I'm pretty sure we have to do something with this key. Here's your key. Hey, we have the hand. It's one of those jumbo size all you can drink Snuckie's cups. It's almost as big as my head. Let's take it. Let's take it. What you have is hard, man. This is what they do to merry-go-round horses who won't stay with the pack. I'd ride this fiendish quarter grabber, but my lumbago's acting up. No way. Max will spook the horse. No way. Max will spook the horse. No way. To the... Garn. I'd say they are probably the same as these. The largest ball of... Tram Museum Na dann, gehen wir mal zum Museum Bevor wir rauf zum Restaurant fahren Da kommen die Fische runter Oh, da hinten ist ja wer Er sieht aus wie mein 8. Englischlehrer, aber mit mehr Wärme Sprechen wir mal mit ihm Let me guess, your suit is entirely made of twine Actually, I'm the docent of this here museum Now, what can I do for you? This ball isn't really made from a continuous piece of twine is it? Yep, it's the longest piece of twine in the world by 92 yards You haven't seen an 8 foot tall woodland creature answering to the name of Bruno around here Have you? Are you talking about Bruno the Bigfoot? Yeah He and a bunch of other bigfoots helped build the ball of twine back in 56 Why the stories I could tell No! I've heard enough stories today Have you seen Bruno recently? I haven't seen Bruno in 30 or so years Is he in trouble? That depends on your definition I like to use the one that involves spiny echidnae Well, is there anything else I can help you with? Has Conroy Bumpus passed through here? Who's that? He's a country western star gone berserk with power I wouldn't know him if I saw him I don't get out much Once were all the fish guts flying past the window Those are left over from my last fish delivery Our famous rotating restaurant has fresh fish flown in everyday From the world of fish in Meskiteville, Missouri Okay And now we know where the fish comes from That's we wouldn't have thought That's all for now Fun facts about the world's largest ball of twine If laid out from end to end The ball would stretch from here to the far side of Jupiter Also, scientists theorize that by 2053 The sheer weight of the ball will push the earth out of its orbit Propelling our planet on a collision course with the sun Good thing my life expectancy is only six years Way to take the short view little buddy According to the plaque this is a shaving from the first foot of the ball of twine I didn't know it was old enough to shave It's a one two hundred thousand scale model of the actual ball of twine And it's only one two hundred thousand as stupid as the actual ball of twine Ha 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 Hey, yeah Can we use that? This is a completely unusable thingamabob Will he go away from the stairs? No We talk again with him What if we have questions about him How much are they paying you anyway? I'm a volunteer But they let me sleep here And I get all the twine I can eat So how can I help you? Okay, wird nicht besser. Das wird alles für heute. Jetzt gibt es etwas, das du nicht jeden Tag sehen möchtest. Was zur Hölle bist du, Sam? Wir schämen unsere Fischhäden aus der Wendung. Ja, aber diese sind ein Hals. Okay, lasst uns rausgehen. Vielleicht können wir raus. Wir haben nicht nach dem Mole Man fragen können. Was ich ein bisschen ärgerlich finde. Die haben wir auch nicht gefunden. Und drauf geht's. Das ist so schön. Okay, das heißt wir wollen das haben. Schade, das letzte Mal hat das gut funktioniert. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das rüber bewegen können, damit wir dann das Loose-End erwischen. Okay, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. 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 Wir haben hier... Wir haben da einen Magneten. Hm... Vielleicht können wir mit dem Magneten das Ding... Könntest du das banden? Bist du verrückt? Ich kann das nicht banden! Ich kann diese Dinge nicht zusammen benutzen. Könntest du das banden? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Ich kann das nicht banden! Er sieht sicher genug aus. Er ist nicht meine Zeit. Er ist nicht meine Zeit. Nicht? Was? Was? Okay. Irgendwas anderes was wir banden könnten? Nö. Naja, das war abzusehen. Könntest du das banden? Bist du verrückt? Ich kann das nicht banden! Er ist nicht meine Zeit. Okay, komm schon. Nimm das nächste Ding. Ja... Okay, wir können das also nicht nehmen. Sehe ich das richtig? Wir müssen das hier, die Kontrollen, irgendwie in unsere Richtung bewegen. Oh! Oh! Ich kann das nicht nehmen. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit und Richtung des Diner via diesen benötigen Binokularen. Das ist das die etwas wundervollste, die ich mir auch gehört habe. Oh, vielleicht nicht. Ah, jetzt können wir... Jetzt habe ich die Maus hier. Interessant. Ah, rechter Maus. Rechte Maus-Taste nach rechts, linke Maus-Taste nach links. Jetzt kommen wir zu den World of Fish. Mhm, mhm. Wenn wir jetzt rausgehen... Ja, echt jetzt. Schauen wir mal. Das ist ein komplett unvergültes Ding-A-M-A-B-A-B-A-B. Okay. Und... Okay, wenn ich jetzt rausgehe... Ich bin sicher, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber ich werde verabschiedet, wenn ich es weiß, wie ich es weiß. Okay, ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, was ich hier machen soll. Von wegen, das wird einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das durch das Ding jetzt bewegen kann. Wir können mal schauen, ob... Dann fahren wir nochmal da her... Schauen wir mal, ob es da in irgendeine Richtung weitergeht. Und mit dem noch mehr reden können. Nein. Keine anderen Sachen. Hm. Jetzt geht es mal hinten weiter. Nö. Wretched Refuse on a teeming shore. He's not my time. He's not my time. I don't indiscriminately use people, except Max. Nein, hier gibt es wahrscheinlich nicht. He's not my time. He's not my time. He's not my time. Ok... Ich kann nicht diese Dinge zusammen benutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Ich kann diese Dinge zusammen nutzen. Es ist die Mutter aller Crawdads. Das ist ein helles Soda-Jerk. Du bist sehr schön für ein Minimum Wage-Earner. All Snuck-EU-Graduates haben die Auslösung in Excessive und Unwarrantung. Aber genug über mich. Was kann ich für dich machen? Mein Junge muss die Facilität nutzen. Hier ist die Schlüssel. Du brauchst etwas Hilfe, Junge? Ich denke, ich kann das selbst machen, Sam. Jetzt, noch etwas anderes ich kann für dich machen? Nichts. Du hast keine Ahnung, wie oft ich das höre. Okay, gehen wir raus und versuchen wir ihn abzufangen, bevor er zurückkommt. Nein! Bleib da! Da wird das Ding weg geben. Dann gehen wir raus. Dann fahren wir noch zum letzten. Oh, Texas-Style. Danke. Musst du hier auch aufs Klo, Max? Ich dachte es mir. Hey, das schaut wieder genau so aus wie der erste. Ich dachte es mir nicht so aus wie der erste. Du bist hier in charge? Ich wünsche dir nicht. Ich hätte gehen nach Schnucki U für sechs Jahre bevor ich hierher kann. Aber genug über mich, was kann ich für dich? Mein kleiner Junge muss die Facilität nutzen. Hier ist die Schlüssel. Du brauchst etwas Hilfe, kleiner Junge? Ich denke, ich kann es mir selbst behandeln, Sam. Jetzt, noch etwas, was ich für dich tun kann? Nichts. Du hast keine Idee, wie oft ich das höre. Was tust du? Warum rennst du so seltsam hin und her? Ich denke, wir sollten den Raspen behalten. Du bist wahrscheinlich richtig. Niemand schuldig, dass die Rasträume so clean benutzt. Ja, das ist alles. Es ist ein Raspen. Ah, eine Raspe. Eine Pfeile. Was wir wohl damit machen können. Wir haben es jetzt auf jeden Fall. Herrschaften, an dieser Stelle. Ich höre euch für heute wieder auf. Das nächste Mal werden wir schauen, dass ich weiterkomme. Mit einem kleinen Hint vom Int-Book. Schauen wir mal, was wir als nächstes machen müssen. Wir wollen dem Zug uns schenken. Ich habe keine Ahnung, wie ich die kriege. Ich habe sie nämlich noch nirgends gesehen. Und an das Ding wollen wir auch rankommen, an die Schnur. Ich nehme mal an, wenn wir in den Wagen von Trixie kommen, kommen wir auch ein wenig weiter. Okay. Meine Lieben. Einen wunderschönen guten Abend. Kraftlupp und schönes Ohm. Wir sehen uns bald wieder.